ähm ja wo soll ich anfangen also wenn sich zwei leute ganz ganz lieb haben und am ende baut er eine pappi eine weglauflage für die kommode und wie ich das gemacht habe zeige ich euch jetzt es gibt auch wieder pläne und wie immer in der beschreibung unten nachgucken da findet ihr die meinen shop für das projekt habe ich mir zwei leimhautsplatten besorgt 40 x 200 die ich jetzt hier zuerst grob zuschneide die zwei stücke ohne markierung bei spieler für die grundplatte aus den reststücken mache ich mir die seitenwände während dem bau habe ich immer wieder die pläne ein bisschen abgeändert und vereinfacht nur damit der ganze bau aufbau und bauern sich ein bisschen einfacher wird und das hat letztens dazu geführt dass ich dann hier um der reststücke hatte und mit meinem material ganz hin kam und deswegen die platte zusammenleihen musste und die grundplatte musste mir zusammenleihen da man die schlechten der größe kaufen kann als leimplatte ab und ab und ab 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 So, jetzt kann ich noch ein paar Minuten ausprobieren. So, jetzt geht's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.